Und wir lassen die 2000 Meter Hindernis der meintlichen Juga auf die Strecke. Und wir lassen hier nichts anbrennen. So, Adina Scheunemann, von Bernina SV, hat das Tempo angezogen, dann die zwei Leverkusen dahinter. Adina Elmigriah, als nur der deutsche Meistertitel für Sie. Noch 200 Meter, der letzte Wassergraf. Jetzt noch nichts mehr passiert. Also, sauber drüber und dann schauen wir auf die Kuh. Jetzt sind es sechs Minuten. Esa, wenn du dich das draußen im Endspurt, 6.13, 6.14, das sieht gut aus für Sie. Und gleich erzähle ich auch, ob ich hier so losgubel. Denn in sechs Minuten 23.45 Uhr hat Esa, wenn du dich das draußen. Einen neuen deutschen Jugendrekord aufgestellt. Und hier kommt Alka Scheunemann.